Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Seit über 3000 Jahren fair und bearbeitet der Mensch Eisen. Die Firma Eisenzeit hat diese Fertigkeiten zu neuen Höhen gebracht und ist ein Aushängeschild in Sachen Metallbau und Kunstschmiedehandwerk. Die Geheimnisse des Metallbaus werden hier über Generationen weitergereicht und mit modernen Erkenntnissen verfeinert. So realisieren der Chef und sein Team sogar Projekte, die man für nicht umsetzbar hielt. Als Beispiel hierfür sei das Geländer im Kölner Filmpalast genannt. Ob Tore, Dächer, Industriedesignmöbel, Einzelanfertigungen oder Schlosserarbeiten, alles wird sorgfältig geplant und in außergewöhnlicher Handwerkskunst gefertigt. Ein Bild davon können Sie sich im Showroom des Hauses machen. Im Zuge mehrmals jährlich durchgeführter Afrika-Reisen wird das Wissen übrigens auch dort weitergegeben, um interessierten Menschen eine berufliche Perspektive zu eröffnen. Eisenzeit in Köln – eine faszinierende Welt aus Metall. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020